Samstag, 31. August, 15.30 Uhr, Freiburg gegen den SFC Köln, 1 zu 2. Alexander Schwolbe, Philipp Leihnacht, Nico Scholdenbeck, Robin Koch, Christian Künther, Junden Schmid, Nikolas Höfler, Jung Jung-Wun, Luca Waldschmid, Nils Pettersson, Randon Birrello, Timo Horn, Rafael Schischos, Jonas Hector, Kingsling, Hinsbue, Sebastian Borchnau, Bickeach, Vestate, Kingsling, Schindler, Luis Schaub, Dominic Kraxler, Elise Skagri, Antoni Modesti, 22.34 Uhr. 24. 34. Das ist eine gute Idee.